lebt der sander noch und hat sich in luft aufgelöst gerade der das ist eine gute frage ne hier steht max auf dem wegpunkt der will per anhalter fahrer hält den daumen raus so wo sind wir denn da sind wir wir sind da als aussteigen der fährt ja okay ich komme mit mir ich wollte mal umgucken wo draußen steht ob er repariert werden muss da ist unser ach dass die hier da kann ich auch mal machen ich glaube kein mensch das wäre schon besser ich das ding kriegen würde und das kriege ich natürlich nicht das lassen sie nicht zu müssen dieses mann geschützt irgendwo ganz oben stationen stellen kann das geht nicht das wäre auch eine sauerei Ist hier überhaupt nichts los irgendwo? Äh, nö. Nö, ein, zwei Gegnerchen. Ja, aber wir können direkt von hier aus da da hochbordern gleich, ne? Ja, hier ist direkt die Satellitenstation. Stimmt, ja. Direkt hier. Zack. Naja. Ich werde mal direkt und genau das Ding draufsetzen. Komm her, wo bin ich? Da. Exakt dahin. Das wird auch jeder weiß. Alle stehen schon vor dem Ding. Und wachten. Ja, Munition. Kurze Kaffeepause, würde ich sagen. Sieht wirklich so aus, kurze Kaffeepause. Ja, schon. Kann ich schon mal nach den Teams gucken. Wie die Teams aussehen. Oh. Ja, schwer nachgelassen. Der sitzt in der Kanone. Egal. Rüber mit dir. Zack. Gehne einen rüber. Du bist natürlich wieder voll. Die wollen alle zu mir. Ja, ja. Raten. Ja, na ja, na ja. Ähm. Ne. Ich will nicht wissen, was du schon wieder gedacht hast. Ne. Dreimal darfst du raten. Ne, will ich auch nicht. Attacke. Wir haben die Einrichtung bekommen. Ach, shit. Das sieht gut aus. Schutzschildgenerator kritisch. Hüpf. Hüpf. Ja, da. Wunderbar. Ja, da sieht der wirklich traurig aus. Sieht wirklich nach aus, als ohne Gegenwehr. Ist ja unglaublich. Nur Punkt A. Punkt A wurde also nochmal zurückgenommen. Wir haben hier eine neue Idee. Generator stabilisiert. ... ... ... ... ... ... ... Schussschild-Generational kritisch. Nein! Wer hat mich denn von hinten gekillt? Gibt's denn das? Wo kam der denn her? Von hinten? Ja. Ja, nur ja, aber eben, na ja. Ja, ja doch. Ich weiß doch. Frechheit. Ich hab extra Platoon-Zielen nicht versetzt. Sind alle nach vorne gefahren, wie die Irren. Ein Zanderer, das wär mir noch lieber gewesen, wenn ein Zanderer unten direkt da neben dem Posten stehen würde. Entschuldigung, wofür Entschuldigung? Hast du nur um den Fuß getreten? Hopps, hopps. Wie sieht's aus? Sehr gut. Generator noch 1.30 Uhr, ist aber langer. Ich behalte den Generator mal ein bisschen im Auge. So, hopp. Er ist. Wir lungern schon alles von dem Generator rum. Wo? Wo? Hier irgendwo muss einer sein. Und nicht beim Generator, ja. Er ist zu wichtig. 34 Sekunden. Und dann. 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 Quan. Sieht sehr gut aus. Bam. Gatherer Boots ... Ab. Ist schon. Hat schon eine umgedreht, ne. Nur noch nicht. Ich bin dabei. Sehr gut. Munition gibt es hier hinter. Sorry Wolverine. Haha. Was? Haha. Sieh da. Männer-Austauschprogramm. Schwarze Wipfel müsste dein Name sein. Hör mal. Aber zu, wenn er den Sattbiss wird er umgebracht, dann wird er ersetzt. Praktisch. Tatsächlich, wir stehen kurz vor dem Sieg. Wir haben die Einrichtung erobert. Wir nehmen alles ein. Alles. Unstoppable. Unglaublich. Tja. Tja. Was machen wir denn jetzt? Wohin gehen wir denn? Lass mal gucken. Hier im Notfall. Die Friar Amp Station. Die wird wieder zurückgeholt. Ja okay, versagt. Oder Money Tower. The Money Tower? Da sind sie schon alle hingedüstt, wie die Irren. Stimmt. Wie die Irren. Na, gehen wir da noch schnell hin. Ach, ich trottel. Wo ist der Ausgang? Also. Also, ich seh das. Ich seh den Ausgang nicht. Da hinten, da drüben. Ja. Von da aus müssten wir noch hinjumpen können, ne? Hier drin, ne? Ja, ne? Plump. Nö. Das war aber ein Satz mit X. Lol. Dann geh ich zum Flugdeck. Ach, da ist die Station. Ja, logisch. Hm, step. Da kommen wir natürlich noch nicht rein, weil gehört ja noch nicht uns, ne? Jump. Ich bin mit so einem Jumppad rüber zur Station und beinahe hätte ich da so einen Liberator gerammt. Der schwebte da gerade rum und so fünf Meter dran vorbeigeschossen. Ouch. Ja, ich kenne doch diese Anfangs war das möglich. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt mal möglich ist. Upsa. Sie sind in einem Sperrgebiet. Oh. Alles gut. Hast du wieder einen niedergebrätselt? Nein, diesmal habe ich selbst fortgefahren. Wie das denn? Das sage ich dir nicht. Das ist viel zu peinlich. Los, sag doch, sag doch. Anstatt da oben auf dieser Plattform zu landen, bin ich genau gegen diese Kante gedicht. Oh. Ja. Ich bleibe hier über die Elvis. Okay. Lass dich da ruhig alleine. Schwere gegnerische Einheit gesichtet. Du kannst furchtlos da rumstampfen. Nein, ich aber nicht. Hahaha. Nicht schlecht. zack. Stehe ich wieder. Kein Problem. Tja. Tja. Aber echt jetzt mal ernsthaft. Wir haben alles. Haben wir überhaupt eine Station mal nicht geschafft? Nee, ne? Wir haben alles eingenommen. Jeden Krims Krams. Total genial. Ja, Leute. Ich muss wirklich sagen. Bestes Event aller Zeiten. Muss man wirklich so sagen. Ne? Anders geht's wirklich nicht. Das stimmt. Also, was heißt? Bestes Event. Interaktiv. Das ist interaktiv. Ja, bestes Event wird's schon zeigen. Aber das hier. Total geil. So. Von daher. So. Nah dem Random. Links von uns. Das Random Team haben wir aber heute sehr gut da gestanden. Okay, ich guck mal gerade oben im Chat. So. Ich werde jetzt Kommando übergeben. Und werde meine Hufe satteln. Wer ist denn hier? Der Elvis. Wo ist Wolverine? Ist der noch da? Oder ist der schon weg? Dann übergebe ich mal hier die Stammesleitung kriege ich hier den Mr. Tom. Der wird zum Truppführer und dem Wolverine. Der wird zum Platoon-Leader. Hoppa. So. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Affenkein hat so viel Spaß gemacht. Habe die Erde. Tschüss. Anyways. What we du dir hier bist ist, ist das pounds? Hoppa. coming nach! große segur Vielen Dank.